Hallo liebe Zuschauer, wir präsentieren die Geschenketrends 2020 und da haben wir gerade einen besonderen Fokus auf ein Kinderspielzeug, das nicht nur etwas für Kinder ist, aber ja wiederbelebt wurde aus den Zeiten, ja bei Dewe, aus vergangenen Zeiten, entschuldigen Sie bitte, und zwar Sie erinnern sich bestimmt noch an die berühmte Murmelbahn, damit habe ich als Kind auch schon gespielt und war absolut fasziniert, sowas nennt sich heutzutage Kugelachterbahn und ist in verschiedenen Schwierigkeitsgraden erhältlich und Christoph wird uns dazu mehr erzählen. Ja und es ist der Spaß für die ganze Familie, vor allem gerade jetzt in diesem momentanen Lockdown ist es ja so, im frühersten Lockdown waren die Puzzles ganz stark nachgefragt und ich glaube ganz persönlich, dass es auch jetzt wieder so einen kleinen Beschäftigungsgrad braucht und dann kommt natürlich unsere Kugelachterbahn genau zum richtigen Zeitpunkt, denn Sie haben hier eine Kugelachterbahn, die eine Gesamtlänge von fast drei Metern Schienenlänge hat. Wir haben hier ganz interessante Specials verarbeitet, ob das ein Looping ist, ob das Helix-Kurven sind oder sogar eine batteriebetriebener Murmelaufzug, der nämlich hier mit dabei ist und die Mädels haben sich schon sofort einmal hingesetzt und wollen natürlich auch mal loslegen. Einmal eingeschaltet geht es nämlich auch sofort los, dann fängt einmal unsere Murmelachterbahn dann automatisch an und schauen Sie mal, man hat hier vorne so diese kleine Schaufel und da geht dann zu einem entsprechenden Zeitpunkt natürlich die erste Kugel gleich schon mal auf die erste Action. Jetzt fährt sie gerade durch die Räder, jetzt geht sie ihre erste Runde. Schauen Sie mal, die fahren jetzt hier und ein Looping gemacht und ganz schnell und das bauen sie ja komplett auf. Zu Ihnen nach Hause kommt so ein Baukasten, den wir Ihnen ja auch hier hingestellt haben. Das geht ganz einfach, mit den Kindern am besten zusammen aufbauen. Wir haben insgesamt acht Stahlkugeln dabei und vor allem, das ist ein Kinderspielzeug ab 14 Jahren geeignet, also Sie können das natürlich auch mit jüngeren Kindern zusammen machen, aber bitte spielen Sie dann auch mit den Kindern zusammen. Es fördert die Kreativität, das Fingerspitzengefühl und vor allem die technische Begeisterung. Und ich glaube, gerade so in dieser jetzigen Zeit mal eine neue kreative Herausforderung annehmen oder so eine technische Begeisterung noch mal zusätzlich nutzen, ist natürlich was ganz Besonderes. Vielleicht entdecken Sie dadurch auch noch mal ein ganz neues Hobby und Sie können ja, und das sehen Sie ja auch hier gerade, mehrere Kugeln gleichzeitig laufen lassen. Die gehen dann immer wieder automatisch in die Auffangschale und dann nimmt dieser batteriebetriebene Murmelaufzug sofort einmal diese Kugel mit hinein. Diese, die wir Ihnen hier gerade vorstellen, bieten wir Ihnen hier mit der Schwierigkeitsstufe 1 an. Das bedeutet, insgesamt kommen 219 Teile zu Ihnen und Sie bauen dann ganz aus einfachster Art und Weise und vor allem mit einer ausführlichen Anleitung Ihre ganz persönliche Kugel Achterbahn auf. Und Rebecca, die sieht schon beeindruckend aus. Ja, so beeindruckend, dass ich ins Stottern kam, denn hier diese, ja, ich sag mal Murmelbahn 10.0 ist eine Herausforderung für Jung und Alt, aber eben deswegen auch so interessant, denn wenn Sie das vielleicht noch aus Ihrer Kindheit kennen, dann ist das hier natürlich ja das absolute Highlight, denn es fordert heraus, miteinander etwas entstehen zu lassen und man, ja, man meint fast, man wird zum Physiker, wenn man sich das so anguckt. Es ist ein bisschen wie ein Experiment, aber der Spaß dabei, den Kugeln beim Laufen zuzusehen, ja, und dabei irgendwie fast sogar ein Abenteuer zu erleben, denn es ist ja eine Kugel Achterbahn, ist eben riesengroß und für Jung und Alt etwas. Und ich finde es immer toll, wenn Jung und Alt sich gemeinsam beschäftigen, wenn man also die Kindheit mit Kindern erlebt und ab 14 Jahren kann man ja doch immer noch wirklich von Kindern beziehungsweise jungen Erwachsenen sprechen. Da macht es eben auch noch Spaß, ja, die Erfahrung zu teilen und dieses gemeinsam eben zu erschaffen, diese großartige Achterbahn. Und gerade dieses Gemeinsame, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das verbindet auch wieder als Familie. Wenn du so ein Bauprojekt zusammen hast, ob das als Ehepaar das Haus ist oder wenn man vielleicht eben auch später mal mit den Kindern hier zusammen so eine Kugel Achterbahn aufbaut, das schafft Erinnerungen, ja. Vielleicht können sie die Kugel Achterbahn dann später auch mal an ihre Enkelkinder weitergeben. Oder man kann sowas ja auch gerne auch mehrmals natürlich auch verschenken. Ist natürlich auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Deswegen sind wir ja hier in unseren Geschenketrends 2020. Und ich muss es immer wieder sagen, es macht ganz viel Spaß und Freude. Ich fasse es Ihnen nochmal kurz zusammen. Wir haben hier Looping, Helixkorven und den batteriebetriebenen Murmelaufzug. Wir haben zusätzlich natürlich diesen ungebremsten Spielspaß für rasend schnelle Kugelerlebnisse. Circa drei Meter Schienenlänge inklusive sind übrigens acht Stahlkugeln. Fünfe können sie immer in ihre Schiene hinein machen. Und auch diese fördert natürlich die Kreativität, das Fingerspitzengefühl und die technische Begeisterung. Die kommt aber nicht so fertig zu Ihnen aufgebaut, sondern da müssen Sie noch ein bisschen Bauarbeiter spielen. Ja und diese TV-Neuheit hat einen UVP von 80 Euro. Und Sie bekommen diese jetzt hier für 28,10 Euro. Unter der Bestellnummer NC9977569 erhalten Sie hier 219 Teile zum Schwierigkeitsgrad 1. Natürlich zum Zusammenbauen und dann gemeinsam das Abenteuer genießen. Es geht aber nochmal eine Nummer größer, nicht wahr Christoph? Genau, wir bleiben aber im Schwierigkeitsbereich Stufe 1, aber jetzt schon mit 226 Teilen. Also eine gesamte Vergrößerung natürlich auch nochmal von dieser Bahn. Und da sehen Sie auch, die ist nochmal komplett anders natürlich mit aufgebaut. Wir haben hier zwölf Stahlkugeln mit dabei, aber auch hier schon eine Schienenlänge von 4,4 Metern. Wir haben auch wieder Specials mit eingearbeitet, ob es der Looping ist, ob es die Helix-Kurven sind oder natürlich auch hier wieder unser batteriebetriebener Murmelaufzug. Aber die sieht jetzt schon ein bisschen anders aus, macht aber genauso viel Spaß und Freude. Und bei 226 Teilen kann ich Ihnen eins sagen, wird Ihnen das richtig viel Freude bereiten. Sie können das natürlich auch gerne als neue Beschäftigung einfach mal nutzen oder vielleicht auch einfach mal, um die Kinder mal am Wochenende nicht vor dem Fernseher zu setzen oder das Tablet in die Hand zu geben. Sondern einfach mal mit den Kindern gemeinsam eine spannende Reise und vor allem sinnvolle Beschäftigung mit den Kindern hier gemeinsam zu tun. Ja, und das hier bekommen Sie für 37,48 Euro. Das sind 226 Teile. Sie sehen durchaus größere Erweiterungen hier im Spielbetrieb. Diese Achterbahn hat einen UVP von auch 80 Euro. Das heißt, wenn Sie jetzt zugreifen, erhalten Sie unseren TV-Sonderpreis unter der Bestellnummer NC 9978 und die 569. Schwierigkeitsstufe 1 auch, was das Zusammenbauen angeht, aber eben ein paar Teile mehr. Ja, 226 an der Zahl. Ein großer Spaß für Jung und Alt und eine große Herausforderung. Eine ganz große Herausforderung. Aber es wird Spaß und Freude machen. Ich kann Ihnen eins sagen, bei uns wurde ja sich förmlich drum gestritten, wer die aufbauen darf. Unser Azubi, der Leo, hat gewonnen und er hat gesagt, das hat ihm so eine Freude bereitet. Und ich glaube, das sollten Sie gerne auch mal ausprobieren. Und wenn Sie es eine Stufe größer möchten, dann haben wir noch eine weitere Variante. Mit hier jetzt aber schon mit der Schwierigkeitsstufe 2 und insgesamt 245 Teilen. Und man sieht natürlich auch, die unterscheidet sich mal komplett. 5,5 Meter Schienenlänge, zusätzlich jetzt hier schon 14 Stahlkugeln, die Sie gleichzeitig durch dieses Labyrinth einmal durchführen dürfen. Auch hier wieder wird die Kreativität gefördert, das Fingerspitzengefühl und vor allem die technische Begeisterung. Und auch hier sieht man es. Ein Looping ist natürlich dabei. Diese Helix-Kurven und auch ein batteriebetriebener Aufzug. Und ich finde, oh, schau mal, das große Set kriegen Sie jetzt für 19,79 Euro. Ja, weißt du, dass ich gerade dachte, ich hätte mich verlesen und da würde es stehen 79,79 Euro. Ich konnte nicht glauben, dass das eine Eins ist, tatsächlich. 19,79 Euro. 19,79 Euro für diese großartige Kugelachterbahn. Und ich finde, zu diesem Preis sollte man sich eben diese Schwierigkeitsstufe 2 mitbestellen, wenn man sich vielleicht für eine der anderen Modelle entscheidet. Denn wer da sich jetzt einen Narren dran frisst, der wird sich natürlich immer wieder steigern wollen. Und dann hätten Sie praktisch die nächste Schwierigkeitsstufe schon zu Hause und könnten dann nachliefern, zum Geburtstag zum Beispiel. Also überlegen Sie sich das und greifen Sie zu. Unter der NC 9976569 bekommen Sie hier die Schwierigkeitsstufe 2 mit 245 Teilen und überlegen Sie sich vielleicht, Schwierigkeitsstufe 1 und 2 zu kombinieren. Dann hätten Sie ein großartiges Anschlussgeschenk, nicht nur zu Weihnachten. Ja, haben Sie viel Spaß und Freude mit schnell zum Telefonhörer greifen. 0180 51 51 und 3 mal die 2.